Wir schreiben das Jahr 2020. Es scheint, als sei es die dunkelste Stunde des Landes. Die Corona-Pandemie breitet sich rasant aus und bringt die Leute dabei fast um ihren Verstand. Der Impfstoff ist noch weit entfernt und das Land versinkt im Chaos. Es gab viele Einbrüche in dieser Zeit und meine Aufgabe ist es, eben diese zu unterbinden, damit wieder jeder einzelne von uns sein Klopapier bekommt. Ich habe auch schon einen Verdächtigen im Visier. An jedem einzelnen Tatort hat er etwas von sich hinterlassen und ich muss diesem Hinweis einfach nachgehen. Und da ist auch schon der nächste Hinweis. Und wieder ein kalter und trister Oktobermorgen. Die Blätter fallen wie die Aktien an der Börse. Es ist ja alles so einsam und verlassen. Wie meine letzte Packung Mehl im Vorratsschrank. Er war hier. Der Doktor. An jedem einzelnen Tatort lässt er eine seiner Medizinmasken liegen. Aber was ist das? Das habe ich doch irgendwo schon einmal gesehen. Natürlich. Am alten Bahnhof. Na toll. Jetzt habe ich auch noch Hunger. Kein Bund. Es ist Zeit für einen Mitternachtssnack. Aber wie es so schön heißt. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Ich wusste, ich finde das. War ja jetzt auch nicht so schwierig. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich werde immer besser darin. Da hat sich die siebenjährige Polizeischule endlich ausgezahlt. Ich muss behutsam vorgehen. Und leise sein. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Es ist zu dunkel im Raum. Und still. Zu still. Eigentlich ziemlich romantisch. Mit der flackernden Kerze und diesem lecker riechenden Apfelkuchen. Ich habe so einen Hunger. Aber Moment mal. Hat der etwa keinen Boden? Wer könnte nur so etwas abscheuliches tun? Es ist vorbei. Das glaube ich nicht. Wir haben doch noch nicht den Kuchen angeschnitten. Vielleicht hat mich die Pandemie jetzt auch wahnsinnig gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.